hallo meine lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem kanal heute gibt es das unboxing meiner glossy box version nummer 5 steht nämlich immer bei den e-mails die man so kriegt wenn die box verschickt wird diesmal habe ich darauf geachtet welche version ich wieder habe und die ist jetzt einmal bei mir eingetroffen ein bisschen später ich habe schon gesehen da gibt schon ein paar unboxings in die ich aber noch nicht rein gelinst habe deswegen bin ich sehr gespannt ich suche hier gerade mein dass ich einmal auf zippe und leute schreibt mir gerne ich finde das macht so riesen spaß diese boxen auf zu zippern und wisst ihr was hier hat mein hund immer mit spaß der geht nämlich immer mit den zippern auf tour und knabbert da noch ein bisschen dran rum wir haben diesen monat januar eine ganz normale rosa glossy box also keine besondere umverpackung die man bei glossy box ja auch öfter mal hat und hier fallen mir schon wieder die flyer einmal entgegen und so kommt die dann halt daher ihr könnt euch die je nachdem welche abolänge ihr wählt ins haus schneiden lassen und ich sage immer achtet um november um wenn es black friday ist sind natürlich wieder die krassesten angebote auch für ein jahres abo auch da habe ich zugeschlagen ich weiß einige von euch auch was mich mega freut da könnte sieht man auch so im internet manchmal gute angebote für so drei monats abos oder so jetzt schauen wir mal ob sich das abo für diese box gelohnt hat und ich öffne uns hier einmal das deckelchen sie kommt immer wie so ein kleines geschenk daher ich mag das einfach das ist so dieser kleine moment me time der da ins hause geflattert kommt und wir haben hier auf jeden fall well being draufstehen self care is not an expense it's an invest finde ich richtig cool und ich finde auch wirklich diese selbstpflege und diese pflegeroutine die man so hat oder seine produkte die man gerne mag das ist immer so ein kleines der wohlfühlen und sich gönnen und deswegen hier einmal finde ich auch richtig cool den spruch das ganze wie gesagt hier einmal mit schleifchen und einem plädi habe ich ja schon länger aufgegeben die heile zu lassen und der wird auch einfach nur noch aufgehoben und dann sehe ich hier was kluckern okay ich sehe auf jeden fall was kluckern ich habe hier was ganz großes obendrauf und habe noch andere kleine interessante sachen hier mit drin ich fange mal an mit diesem großen teilchen was eigentlich so ziemlich alles bedeckt und das ist etwas von daily concept und zwar so ein haartrockentuch ich finde die richtig praktisch habe da auch einige schon das sind einfach so tücher ich kann euch das auch mal zeigen ich glaube ich habe hier ich muss auch hier einfach total aufrufen und dann gucken wir gleich mal auf wie die qualität davon ist ist so ein frottee handtuch quasi und das wickelt man sich dann einfach gerade wenn man lange haare hat ist das ganz praktisch um die haare finde ich auch gut wenn ihr als kleinen tipp eine haarmaske oder sowas einwirken lasst dann ist sowas nämlich auch ganz cool es versucht hier ganz schön rum also es schneit noch ein bisschen hier mit dabei muss mal getestet werden hier hinten ist so ein kleiner gummi den macht ihr euch um und könnt das ganze dann an dem knopf immer befestigen aber es fustelt ohne ende leuchte also wirklich ist es hier am schneien dann geht es weiter und das interessiert auch wie cool ich liebe es liebe haarprodukte auf jeden fall habe ich hier von kliskor etwas das freut mich diese sieben sekunden express repair kur leute die wollte ich mir schon selbst kaufen weil ich sehr sehr neugierig drauf war ist ein hyaluron komplex und meeresalge normales bis trockenes haar so sieht das einmal aus und das passt ja eigentlich ganz cool auch hier mit wobei für sieben sekunden müsste das ding dann nicht aufziehen soll ok wirkt wie eine fünf minuten kur in nur sieben sekunden verwandelt sich bei anwendung in eine cremige textur intensive pflege für eine mit feuchtigkeit versorgte versorgtes haar und gesund aussehenden glanz haare waschen gleichmäßig und direkt auf die haarlängen auftragen kurz einarbeiten und sieben sekunden einwirken lassen ich mag solche schnellen geschichten also wirklich ich merke auch jetzt wieder die zeit rennt irgendwie schon wieder so dahin wir haben gerade irgendwie neujahr noch gehabt und jetzt ist schon wieder fast ende januar deswegen immer sehr interessant ich habe da übrigens so was koreanisches wo ich auch habe was ich auch super gerne mag mit keratin was ich jetzt endlich wieder benutzen kann weil ich mein ola plex so ein bisschen abgesetzt hat um auch mal andere sachen noch mal auszutesten deswegen muss ich gar nicht mal gucken ob hier keratin drin ist und das freut mich natürlich dann habe ich ich weiß nicht freue ich mich ich weiß es nicht ein lip scrub strawberry okay okay strawberry ist natürlich cool basic skin er sieht jetzt erstmal nicht so spektakulär aus um ehrlich zu sein und irgendwie so ein bisschen billig sieht es aus um es so zu sagen aber wenn es gut ist ist mir das ziemlich egal ich hoffe es wird lecker sein nach erdbeer das wird so ein zucker peeling sein für die lippen einfach ne ja ne da kann man natürlich da ist sind immer noch so ein paar pflegende öle und sowas mit dabei aber im endeffekt tutet auch der zucker und ein bisschen öl ne um sich die lippen hier so abzuschrubbern aber so eine kleine dose ich weiß gar nicht was hier drin ist ich sehe es gerade nicht 7 gramm so wie das aussieht ne geht natürlich immer und gerade im moment schreibt mir auch mal ob es bei euch so ist ich habe so rissige lippen also wirklich und ich mache lippenpflege und alles drauf und trotzdem ist sie die ganze zeit irgendwie sich am schuppen ich weiß auch nicht dann geht es einmal hier und auch das braucht meine haut im moment extrem ne das sind einfach temperaturen ist das euch ne feuchtigkeitsmaske von schäben haben wir hier einmal mit drin und zwar die 48 stunden feuchtigkeit geben soll für trockene haut hypoallergen gurke urea und heilwasser hört sich erstmal sehr gut an weil auch ein kleiner sofort effekt versprochen ist sind hier zwei sachets und ist unser produkt nummer drei und dann haben wir anscheinend fünf produkte diesen monat denn zwei kommen noch unter anderem eine kleine maske von peter thomas rot so heißt der gute mann ist hier einmal so eine gurkenmaske meine ich cucumber gelmaske genau so eine kleine gelmaske mit gurke die auch für trockene haut sein soll und die haut auch mit feuchtigkeit versorgen soll finde ich jetzt eine lustige zusammenstellung irgendwie dass ich zweimal hier für die haut gesichtsmasken drin hat hätte ich jetzt gedacht kommt vielleicht so eine gesichtscreme oder sowas ne ach so wir haben sechs teile übrigens das teil habe ich so ein bisschen verdrängt wir kommen jetzt aber einmal zum letzten teilchen und das zieht einfach meine aufmerksamkeit an wir haben noch ein bisschen dekorative kosmetik drin und zwar von katrice einen pro ink non transfer liquid lipstick soll zwölf stunden halten aber ich bin gerade hin und weg von dieser wunderschönen farbe welche ist das denn chose passion heißt die wohl und ich mag so was gerne also so farben gerne ich bin nicht so der freund von matt und lasst ihn deswegen erst mal doch ich swatch den für euch wenn nicht mache ich hier ein lip close drauf oh mein gott ich liebe die farbe die ist so schön der so ein bisschen lila farben oder gefällt mir gut und leute der riecht richtig richtig gut ich bin gerade hin und weg von der farbe muss ich ausprobieren ich habe jetzt gerade was drauf auf den lippen deswegen mache ich das nicht der müsste natürlich noch ein bisschen trocknen der fühlt sich aber im auftrag gar nicht so matt erstmal an sondern schön cremig und so ne und da freue ich mich besonders drüber ich finde hier die sieben sekunden haarkur wie gesagt bin ich sehr neugierig drauf das kleine pöttchen naja muss ich mal schauen vielleicht ist es auch mega gut einmal hier so eine kleine cucumber maske einmal die von schäbens und ein kleines fusseliges haardings hier also das begeistert mich jetzt auch nicht muss ich sagen aber ich finde wieder schöne produkte mit drin und während dieser kleine switch hier noch weg trocknet winke ich euch auf jeden fall schon mal zum abschied und freue mich drauf wenn wir uns vielleicht sogar beim nächsten mal wiedersehen und ich euch zuwinken kann bis dahin ihr lieben macht's gut tschüssi